Ja Leute, jetzt ist mir was ganz Übles passiert. Meine Mutter hat sich mal wieder ein bisschen verweht und hat mich anrufen. Dann habe ich jetzt den Ladekabel entfernt, weil ich dachte, das wäre ein dringender Anruf und jetzt kommt das Schlimme. Mein Handy ist das Akku aller. Das heißt, jetzt müsst ihr ein wenig warten, bis mein nächstes Abo-Special rauskommt. Tut mir wirklich leid, aber wie gesagt, ich bin manchmal sowas von vergesslich und ich hoffe jetzt nicht, dass ihr so wütend auf mich seid. Weil ich wollte eigentlich schon das nächste Abo-Special erstellen, aber puf, sage ich jetzt bloß. Puff, gut, kaputt. Ja, entschuldigung, dass ich gerade so drauf bin. Wenn ich versuche, das Nessig zu nehmen, aber bitte ein wenig warten, anders geht das erstmal nicht. Ups, ouch, 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 miest. Und ich werde das dann noch an, weil ich das das significa, ich werde das Nordflammel, kings multivIL, mit oder nускativen Gedriven. und bisher nicht um, indem ich es online ins Angehboid geliebt. Und ich werde das Canadian machen.